Wir sind jetzt in Kreuzberg und keine Gold, Tieren und ein altes Lied für alle zum Einstimmen. Wir sind jetzt in Kreuzberg und keine Gold, Tieren und ein altes Lied für alle zum Einstimmen. Wir sind jetzt in Kreuzberg und keine Gold, Tieren und ein altes Lied für alle zum Einstimmen. Wir sind jetzt in Kreuzberg und keine Gold, Tieren und ein altes Lied für alle zum Einstimmen. Wir sind jetzt in Kreuzberg und keine Gold, Tieren und ein altes Lied für alle zum Einstimmen. Wir sind jetzt in Kreuzberg und keine Gold, Tieren und ein altes Lied für alle zum Einstimmen. Wir sind jetzt in Kreuzberg und keine Gold, Tieren und ein altes Lied für alle zum Einstimmen. Wir sind jetzt in Kreuzberg und Tieren und ein altes Lied für alle zum Einstimmen. Könnte man den Badebrotkreuz ca. ein Jahr schneller umbauen. Ob dieser Tunnel jemals genutzt wird, ist äußerst ungeriss. Als vor zwei Jahren die Autobahnpläne veröffentlicht wurden, entfachte sich ein starker Widerstand. Tausende Menschen schrieben Einwendungen, gingen auf die Straße oder legten sich aus Protest sogar hier auf die Kreuzung vor der Oberbahnbrücke. Bei der Erörterung der Pläne im November 2009 mussten die Autobahnplaner dann gravierende Menge zugeben. Und erst auf unser beharrliches Nachfragen hin kamen die verheerenden Auswirkungen für diesen Kiez zu Tage. Von der verlängerten 100 werden jeden Tag tausende Autos und LKWs zusätzlich durch Friedrichshain fahren bzw. sich stauen. Hier an der Kreuzung Oberbahnbrücke-Warschauer Straße wird mit etwa 3000 KFZ mehr gerechnet. Insbesondere LKW werden dann eine Abkürzung durch Friedrichshain und Prenzlerberg zur A114 nehmen. Diese Kreuzung gehört schon jetzt zu den zehn gefährlichsten Kreuzungen Berlin. Mit der verlängerten 100 wird es hier noch viel öfter kraten. Außerdem bedeutet eine nach Kreuz der verlängerten 100 Dauerstau auf der Elfenbrücke und der Kreuzungsstrahlung Allee. Jeden Tag werden Tausende Autos mehr auf der Wodersundbrücke im Rudikiez und in Boxanglack-Hütte fahren. Eigentlich sollte der Bau bereits begonnen sein, aber unsere Proteste haben dazu geführt, dass erst nach der Abgeordnetenhauswahl am 8. September über die Verlängerin sein und nicht enttrieben wird. Obwohl eine Mehrheit der Berliner Parteien im Abgeordnetenhaus gegen den Autobahnerbau ist, wird die Planung der Betonpiste immer weiter vorangetrieben. Das ist unser Team. Das ist unser Team. Das ist unser Team.